Was ist das hier jetzt? Ah, okay. Also es war rundherum abgesperrt irgendwie. Okay, das ist gut zu wissen. Ich mache jetzt gerade bestimmt voll den Umweg. Aber das ist mir egal. Weil ich meine, das hier wäre der richtige Weg. Okay. Wieso? Weiter, 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 weiter. Alles hier? Speise es doch nicht. Doch, doch, ich glaube, das ist hier. Uhuhuhu. Ja! Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Okay. Pokéflöte, du bist dran. Da würde ich bei einem pennen und nicht aufwachen. Relaxo ist aufgewacht. Es ist brummig und greift verschlafen an. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht. Na, ich sehe es so putzig. So. Natürlich möchte ich das fangen. Und relaxo brennt. Kopfnuss. Zieht, glaube ich, recht viel ab. Oh, geht. Amnesie? Okay. Ich dachte, das wird jetzt noch irgendwas machen. Aber was sind denn Spezialattacken? Oder ist das vom Typ Spezial? Habe ich jetzt hier nicht. Erholung. Fuck, ich hätte vorher abspeichern sollen. Nicht, dass ich das jetzt hier kille. Fuck. Ähm. Okay. Puh. Okay. Nochmal. Nicht komplett abziehen, bitte. Was? Ich raff das nicht. Hm. Ach, wo fahren denn hier meine Superbälle? Da. Ich versuche, sie jetzt einfach mal so zu fangen. Nö. Koopflos. Kuckucki. Was bringst du denn hier? Oh, mein Pikachu ist tot. Ähm. Alex. Nein. Ach, Mann. Das kann es doch nicht sein. Das ist so ätzend. Es war kurz vor Ende. Ich bin halt etwas ... Alter. Ich hab noch nicht fertig, ne? Nur weil ich das fangen will. Drecksvieh, ey. So. Jetzt. Noch mal. Ja. Jetzt tut das auch nichts mehr helfen, Alex. Komm, Shen. Das hat's gebracht. Was glaub ich denn, so ein Lars hab ich noch, aber bringt glaub ich auch nix. Dann würde ich wieder auf Shen umtauschen, dass sie ihn einschläfern lassen kann. Oh. 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 Alter, ist das ätzend. Ich hasse Relaxo. Ja, das ist schön, dass Relaxo aufgewacht ist. Ey, Leute. Das ist schön, dass er noch pennt. Ich hab nicht paralysiert. Ich hab nicht paralysiert. Oh. 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 So. Ist es überhaupt möglich, das zu fangen? So, mehr als jetzt kann ich nicht machen. Was soll ich da machen? Ich kann das nicht fangen. Ja, genau. Ich mache eine Erholung. So. Oh, warum liegt das denn nicht mehr da? Egal, ich hätte es eh nicht mehr fangen können. Wahrscheinlich hätte es irgendwas für mich gehabt. Oh, geht mir das jetzt auf den Sack. Sollte ich mir, nee, das hätte irgendwas für mich gehabt, Julia. Das ist mir jetzt scheißegal, weil ich da keinen Bock drauf habe. Irgendwie alles nochmal neu zu machen, was ich jetzt gemacht habe. Weil ich zu faul bin, zu speichern. So. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich mein Geschenk für dich. Detektor. Da hast du 30 Unterschiede, die Pokémon gefangen. Ja, natürlich. Oh, du hast jetzt 28 verschiedene Pokémon. Ich hätte ja eben gerade hast 29 gehabt, aber da sich das Drecks-Pokémon nicht fangen lässt. Ah, ich habe jetzt gespeichert. Ihr habt das ganz genau richtig gesehen. Das ist mir auch egal. Ja, genau. Was ich als nächstes machen werde, ist, diese pissgelbe Stadt mal zu untersuchen. Das ist eigentlich so mein Vorhaben fürs nächste Mal. Ansonsten habe ich nichts vor so weit. Gut, dann hoffe ich mal, dass es euch die heutige Aufnahme gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt euch richtig schön zum Ende aufgeregt, was ich da gemacht habe. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.